Hey Handballinspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball Weltreise. Wir sind in Norwegen bei der WANG Sportschule und schauen Wiktis Holmset und Stian Breivik über die Schulter. Sie zeigen uns eine methodische Reihe für das Verteidigen von langen Bällen. Vor allem Außenverteidiger kommen immer häufiger in die Position, diese abzufangen. Über ein 2 gegen 1 gehen wir zu einem 2 gegen 2 mit verschiedenen großen Räumen. Zum Ende betrachten wir ein 3 gegen 2 mit einer kürzeren Passdistanz beim Auftakt. Komm mit auf Handball Weltreise und lass dich inspirieren. Kürzer Bedingung Kürzer Kürzer Das ist klar, dass er noch mal auf. Alright. Die sind fast auf dem Tor. Die sind fast auf der anderen Seite. Kommt her. Ja, ja. 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 Das war es so. Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's.